Guten Morgen aus Darmstadt an diesem 8. Mai. Entwarnung für Badende der Grube Prinz von Hessen, denn die Konzentration an Blaualgen ist zurückgegangen. Betreiber der Büttelborner Deponie legt gegen das Urteil zum Bauschutt aus dem AKW Biblis des Verwaltungsgerichts Darmstadt Revision ein und der Wahl-Omat für die Europawahl ist jetzt online. Das und mehr in unserem Podcast. Ideen aus der Darmstädter Bürgerschaft unkompliziert zu verwirklichen, das war das Ziel des Bürgerhaushalts 2.0. Jetzt stoppt die Stadt das Projekt. Das Instrument habe sich als undurchsichtig und fehleranfällig herausgestellt, so die Erkenntnis des Magistrats. Dem stimmte die Stadtverordnetenversammlung auf ihrer jüngsten Sitzung mit großer Mehrheit zu. Das Verfahren soll nun konzeptionell weiterentwickelt werden, so der Beschluss. Dafür wollen sich die Entscheidungsträger bis Ende 2025 Zeit nehmen. Ein Problem des Bürgerhaushalts 2.0 war laut Oberbürgermeister Hanno Benz das Fehlen einer Geschäftsordnung. So seien bei einer Sitzung im vergangenen Jahr nur drei der 13 Jurymitglieder anwesend gewesen, darunter solche, die eigene Projekte eingereicht hatten. Ein Blick auf einen der Badeseen Südhessens. Seit Anfang März war die Grube Prinz von Hessen bei Darmstadt für Badegäste gesperrt, weil dort Blaualgen nachgewiesen wurden. Nun gibt es Entwarnung. Dank der Witterung in den letzten Wochen und der natürlichen Abläufe im See sei die Konzentration der Cyanobakterien wieder auf ein gesundheitlich unbedenkliches Niveau gefallen, teilt die Stadt mit. Es darf also wieder gebadet werden, die Hinweisschilder und Absperrungen wurden abgebaut. Die für den Menschen gefährlichen Bakterien haben sich in der Grube Prinz von Hessen in diesem Jahr ungewöhnlich früh ausgebreitet. Eine Expertin hat sie sogar schon im Januar festgestellt. Normalerweise treten die Bakterien erst bei Hitze auf. Auch wenn die Stadt vorerst Entwarnung gibt, will man die Grube in den kommenden Monaten genau überwachen. Während der Badesaison vom 15. Mai bis 15. September werde die Wasserqualität durch Kontrollen ständig überprüft. Der kurzfristige Stopp der Förderung von E-Autos im Dezember 2023 sorgte für Unmut bei Autohäusern und ihren Kunden. Zahlen des Landkreises Darmstadt-Dieburg und des Kraftfahrtbundesamts zeigen nun, wie sich der Wegfall des Umweltbonus auswirkt und wie die Nachfrage nach elektrisch betriebenen Fahrzeugen im Landkreis ist. Denn während der Bestand im Vorjahreszeitraum um 402 anwuchs, lag das Delta nun nur noch bei plus 40. Zwar wächst die Zahl der E-Autos weiterhin, aber der Anstieg hat sich deutlich abgeflacht. Anders sieht es jedoch bei den Fahrzeugen im Mischbetrieb aus. Damit sind beispielsweise Hybridautos gemeint, die keinen reinen Elektroantrieb haben. Ende 2022 bis zum 16. April 2023 wuchs der Bestand um 517 Fahrzeuge. In diesem Jahr bis Mitte April lag der Zuwachs bei plus 797. Insgesamt in vielen Autofahrer im Landkreis nach wie vor neue Autos zu kaufen. Denn 2024 wurden von Januar bis Mitte April 8,98 Prozent mehr Fahrzeuge aller Antriebsarten im Landkreis neu zugelassen als im Vorjahreszeitraum. Am 9. Juni ist die Europawahl und wer hierfür eine Entscheidungshilfe braucht, kann seit gestern wieder den Wahl-OMAT der Bundeszentrale für politische Bildung nutzen. Bei dem Online-Tool kann man bezüglich 38 Thesen die eigene Position mit der aller zugelassenen Parteien vergleichen. Ein Prozentwert zeigt anschließend den Grad der Übereinstimmung an. Die Thesen behandeln unter anderem einen möglichen Beitritt der Ukraine in die EU, das Aus des Verbrennermotors oder eine Solaranlagenpflicht auf allen Neubauten. Den Wahl-OMAT gibt es bereits seit 2002. Er soll vor allem junge Menschen für Landtags-, Bundestags- und Europawahlen mobilisieren. Nach Angaben der Zentrale wurde der Wahl-OMAT zur Europawahl 2019 knapp 10 Millionen Mal gespielt, bei der vergangenen Bundestagswahl sogar über 21 Millionen Mal. Die Eigentümer und Betreiber der Hausmühldeponie in Büttelborn werden voraussichtlich gegen das in der vorigen Woche ergangene Urteil des Verwaltungsgerichts Darmstadt zum AKW-Bauschutt aus Biblis Revision einlegen. Das kündigte Büttelborns Bürgermeister Markus Merkel am Dienstag gegenüber dieser Zeitung an. Das Gericht hatte entschieden, dass der ehemalige AKW-Betreiber RWE Nuclear GmbH auf der Büttelborner Deponie rund 3.200 Tonnen schwach radioaktive, aber als freigemessen deklarierte mineralische Abfälle aus dem Rückbau des Atomkraftzwerks Biblis lagern dürfe. Für den Rathauschef sei die Urteilsbegründung nicht nachvollziehbar. Außerdem beruhe das Urteil auf falschen Angaben von RWE. Derweil hat auch der BUN Hessen mit Bestürzung auf den Gerichtsentscheid reagiert. Damit sei RWE ein Freibrief ausgestellt worden, obwohl eine Grundsatzklage beim Verwaltungsgerichtshof Kassel gegen die Freigabe von radioaktiven Abfällen in die Umwelt und auf Deponien noch offen sei. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf www.echo-online.de Gude Südhessen ist eine Produktion der VAM von Allgemeiner Zeitung, Wiesbadener Kurier, Echo Online und Mittelhessen.de Redaktion und Produktion, die NewsmanagerInnen der VAM. Ihr erreicht uns per Mail an audio-at-vam.de Redaktion und Produktion, die NewsmanagerInnen der VAM.